Herzlich Willkommen zu Oxpun, dem Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Hallo und herzlich Willkommen. Heute geht es um Kraft. Kraft ist was ganz Schwieriges. Das kann man gar nicht so einfach erklären. Wir haben ja keine Möglichkeit Kraft zu messen. Wir können irgendwo ziehen. Aber was ist Kraft nun wirklich? Kraft wirkt auf etwas. Und unsere Waage, damit haben wir eine Gewichtskraft. Vielleicht können Sie sich noch an sowas erinnern, so Apothekerwagen oder sowas. Früher hatten auch die Kaufleute sowas natürlich größer. Und wenn ich jetzt hier mal ein Gewicht nehme, das hier, das hat jetzt 20 Gramm und ich lege dieses Gewicht auf eine Waagschale und jetzt auf die andere Seite, das sind 10, 15, 17, 19 und jetzt habe ich hier noch ein ganz ganz kleines am Ende. Das ist ein Gramm. Das noch hier drauf und schon geht die Waage in die Waage. Nicht ganz genau ist keine Präzisionswaage. Damit kann ich also Kraft messen. Gewichtskraft. Die Masse des Gewichtes wird angezogen vom Erdmittelpunkt theoretisch und jetzt sind beide Seiten gleiche, haben die gleiche Masse. So und dann sage ich, das wiegt eben so und so vielen Kilo oder 2 Kilo oder 10 Kilo. Sowas war früher mal. Heute haben wir andere Waagen, die auch die Gewichtskraft messen. Wenn ich die einschalte, so eine Küchenwaage und lege hier ein 50 Gramm Gewicht drauf, dann kann man das hier ablesen. 50 Gramm, ganz genau. Wenn ich jetzt diese Waage senkrecht stelle, was macht dann das Display? Das zeigt negativ an. Warum? Ja, senkrecht wirkt die Kraft dieser Wegeplatte hier nicht mehr auf die Waage, sondern jetzt drückt die ja nicht mehr nach unten und nicht mehr zur Seite. Es gibt ja keine Kraft, die zur Seite drückt. Ich könnte jetzt natürlich hier drauf drücken und jetzt zeigt sie Kraft an. Die Kraft, mit der ich hier drauf drücke. Ich muss jetzt natürlich diese Minus, so und so viel davon abziehen bzw. dazu zählen. Wenn ich jetzt hier dran ziehe, zeigt sie auch die Kraft an, die Zugkraft, mit der ich arbeite. Jetzt sind wir also vom Gewicht auf Kraft gekommen. Übrigens das Gewicht, nur dass wir mal darüber gesprochen haben, was unsere Wagen wiegen, eine solche Waage, das ist sehr, sehr abhängig von dem Ort, wo man wiegt. Wenn ich am Äquator bin, dann bin ich 21 Kilometer weiter vom Mittelpunkt der Erde entfernt und da nun die Gravitation mit dem Quadrat der Entfernung abnimmt, messe ich dort weniger Gewichtskraft. Also etwas wiegt weniger. Am Nordpol oder am Südpol ist es ganz anders. Dazu kommt die Gravitation und noch so viele Einflüsse. Aber wenn wir messen wollen, was kann ein Abschleppseil aushalten, was kann ein Haken an der Wand aushalten oder an der Decke aushalten und diese ganzen Sachen, dann brauche ich ein spezielles Kraftmessgerät. Und solche Kraftmessgeräte, die überall notwendig sind, denn wir wollen ja nicht, dass unsere Sachen kaputt gehen, an den Leiter, auf die wir hochklettern, muss ich ja wissen, was hält die aus und viele andere Sachen. Solche habe ich mir mal angesehen und ich möchte Ihnen gern mal drei dieser Geräte vorstellen. Ich habe hier das PC FG20SD, ein Kraftmessgerät im Bereich bis zu 20 Kilogramm. So, jetzt wollen wir mal sehen. Wenn wir das einschalten, da können Sie erkennen, ein schönes hintergrundbeleuchtetes Display mit großer Anzeige. Im Moment meckert es mich an und es hat auch recht. Ich werde Ihnen auch zeigen, wieso. Da gucken wir mal aufs Zubehör, denn da haben wir als erstes hier so ein komisches UFO. Wenn ich das auseinanderziehe, da ist eine Speicherkarte drin, die wird mitgeliefert und diese Speicherkarte, die muss ich hier einführen. Darauf werden dann die Messungen gespeichert. So, und jetzt sollte er ruhig sein. Und er zeichnet aber jetzt die Daten bereits auf. Er sagt also hier, Data recorded. So, und wenn ich ihn anhalte, dann zeigt er mir auch die Datensätze und so weiter. Ich komme gleich nochmal darauf. Das ist ja eigentlich der Hauptdarsteller. Ich wollte Ihnen nur nochmal zeigen, hier wo die Speicherkarte drin ist, das ist nicht nur ein Behälter, sondern das ist ein Adapter für USB. Sie können die Speicherkarte anschließend aus dem Gerät herausnehmen und die aufgezeichneten Datensätze per USB, wenn die wieder hier drin ist, dann auf den Rechner übertragen. Zubehör, eine Verlängerung, verschiedene Kraftaufnehmer, also eine flache Meißelform, eine Spitze oder dieser Haken. Und die werden dann hier oben drauf geschraubt. Und dann kann man damit beliebige Sachen messen. So, das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel hier oben anfassen würde, dann wiegt es sich quasi selbst. Es sagt also jetzt 0,6162 Kilogramm, so in etwa, komplett mit Batterien. So, und dann kann man in verschiedene Menüs hineingehen. Ich kann einmal die Zeit einstellen und die Zeit und das Datum setzen. Das ist natürlich wichtig, wenn man Messreihen hat, etwas aufzeichnen, damit man weiß, wozu dieser Datensatz gehört, wenn man ihn später auswertet. Und dann habe ich die Möglichkeit des Nullsetzens. Das macht das Gerät beim Einschalten allerdings automatisch. Muss ich nur dann machen, wenn ich irgendwie die Lage geändert habe oder wenn ich irgendwo eine Abweichung habe, weil ich ein Gewicht schon drangehangen habe. Peak Enter ist auch so etwas. Das Gerät merkt sich, die Spitzenlast, die mal da war, das kann ich also auch einstellen, auch einen Bereich. Und ich kann auf schnell und langsame Messwertaufnahme setzen. So, und dann kann ich starten und jetzt misst er. So, jetzt haben wir eben mal gesehen, ich kann das Gewicht messen, aber im Gegensatz zu einer Waage, das kann ich Ihnen mal zeigen, kann ich es aber auch hier festhalten und ziehe einfach daran, denn es ist ja ein Kraftmessgerät und gar nicht als Waage gedacht, obwohl man es verwenden kann. Und ich kann auch Druck ausüben. Das sehen Sie auch, der wird hier im Moment negativ angezeigt. Also, ein Gerät in allen Bereichen, wo man Festigkeit von Haken, Klemmen, Ösen und sonstigen Dingen messen muss, bestimmen muss, um Qualitätssicherung zu betreiben. Das PCE DFG 500, ein Kraftmessgerät, welches sehr massiv ist. Was so auffällt, es ist wirklich schwer, massiv, hat ein starkes Metallgehäuse. Es ist ein Gerät, welches man auch irgendwo fest schrauben kann. Es werden hier spezielle Schrauben mitgeliefert, die man dann hier hinten reinschrauben kann. Und damit kann man es irgendwo an einer Halterung, an einer Maschine, an einer Aufhängung, so etwas fest schrauben. Man sollte auch diese Schrauben, die mitgeliefert sind, verwenden. Sie sehen auch an den mitgelieferten Kraftaufnehmern hier, die sind auch schon recht stabil, recht dick, auch die Spitze oder der Haken und die Verlängerung. Und wenn man dann hier oben etwas drauf geschraubt hat, dann geht es ja im Grunde genommen schon los. Es ist ein Akku eingebaut, der kann aufgeladen werden über das mitgelieferte USB-Kabel und diesen Netzadapter, den wir da haben. Und es ist Software dabei zum Auswerten der Daten, die gespeichert werden. Das kann auch per USB zum Rechner übertragen werden. 1000 Messwerte können aufgenommen werden. Sie sehen, das Display ist groß, gut ablesbar, sehr anständig gemacht. Und ich kann jetzt hier einfach mal zeigen, wie extrem schnell es reagiert und wie fein die Auflösung beträgt. 0,05 Newton und ich kann bis 500 Newton hiermit messen. Und wenn ich hier dran ziehe, dann sehen Sie, die andere Richtung geht auch. Ich kann also auch Peak-Messungen machen. Wenn es auf Peak gestellt ist, merkt es sich den Maximalwert, der aufgetreten ist oder Minimalwert. Ich kann auch Grenzen einstellen und ich kann auch die Peak-Tower einstellen, die notwendig ist, die Kraft, die muss dann anliegen an der bestimmten Dauer, damit es überhaupt gemessen wird. Also ein absolut professionelles Gerät, so wie wir es hier haben, welches in einen Messbereich kommt, wo man also tatsächlich als Mensch schon Schwierigkeiten hat, den komplett auszunutzen. Da muss man kräftig dran ziehen. Ein solches Kraftmessgerät ist absolut wichtig, wenn man zum Beispiel Materialprüfungen macht, Zerreißprüfungen macht oder auch Druckprüfungen macht. Was hält so etwas aus? Ich habe es mal versucht, ein rohes Ei damit zu zerstören. Aber dafür ist es natürlich nicht gedacht, sondern mehr im professionellen Bereich. Also das PCE DFG 500, ein massives, sehr stabiles Gerät, welches bis zu 1000 Messwerte speichert und 16 Stunden mit dem Akku in Betrieb bleiben kann. 2 Kilo Newton, also 2000 Newton entspricht so Pi mal Daumen 200 Kilogramm. Das ist das, was dieser Sensor hier ab kann. Ich kann hier ziehen und drücken, so viele schaffe ich natürlich nicht, kann hier meine Anschlüsse, wo ich dann die Teile, die ich messen auf Zug oder Druck belasten will, dranhängen kann. Und er wandelt das jetzt um, diese Kraft, in ein elektrisches Signal und über diese 3 Meter Leitung bringt er dann zu dem FP2K von PCE. So, und das zeigt mir dann an, was wir haben. Jetzt habe ich hier ein bisschen rumgespielt. Ich müsste das erstmal auf 0 setzen. Das tue ich jetzt. So, jetzt haben wir 0 Newton in der Anzeige. Und wenn ich jetzt versuche, den Sensor zusammenzudrücken, dann sehen Sie, naja, also mit Gewalt, mit der einen Hand schaffe ich dann gerade mal 100 und so und so viel Newton. Also, ein professionelles Messgerät für einen relativ hohen Messbereich. Der Einsatz des Gerätes ist auch so sehr, sehr universell. Wenn wir uns das Zubehör mal anschauen, da haben wir hier so einen Adapter für USB. Da steckt eine Speicherkarte drin. Und diese Speicherkarte, da ist eine kleine USB-Speicherkarte drin. Die kommt hier in das FP2K hinein. Darauf kann ich meine Werte speichern. Und Netzteil dabei für eingebauten Akku und so weiter. Sogar ein serielles Anschlusskabel ist hier noch dabei. Das heißt, viele ältere Messcomputer haben hier noch einen seriellen Anschluss. Aber das USB-Anschlusskabel, was ich hier angeschlossen habe, das geht zu meinem Rechner. Und die mitgelieferte Software, die wir hier sehen, bietet mir alle Möglichkeiten, dass ich das Gerät quasi Fernbedienung kann. Aber nicht nur das, sondern ich habe auch die Möglichkeit, hier meine Sachen zu speichern, auszuwerten, darzustellen. Und ich kann in Echtzeit darstellen, was ich messe. Wenn ich jetzt hier mal starte, dann können Sie die Kurve in der Mitte erkennen. Ich hoffe, so geht es gut. So, jetzt zeichnet er hier wieder auf. Und jetzt werde ich mal hier meine Kräfte walten lassen. Und Sie sehen, da geht die Kurve nach unten. Und wenn ich auseinanderziehe, dann geht sie nach oben. Und oben in der Mitte bekomme ich auch noch in einem großen Feld angezeigt, wie im Moment die Kraft ist, die ich hier aufschlage. Also ein Kraftmessgerät für professionellen Einsatz bis zu 2000 Newton. Das ist also wirklich eine ganze Menge. Ein Gerät, ich muss sagen, ich habe ein bisschen damit gearbeitet und gespielt. Ich habe zwar, weil ich ja nichts herstelle, was irgendwie etwas halten muss, nicht so direkt den Einsatz dafür. Aber interessant ist es doch. Denn wenn ich mir überlege, was man heutzutage alles machen kann mit Elektronik und was man als an Werten aufnehmen kann, speichern kann, verarbeiten kann. Diese Kombination, die macht es gerade aus. Das war eine kleine Auswahl an möglichen Kraftmessgeräten, die Sie wahrscheinlich einsetzen können bei sich im Unternehmen zur Materialprüfung, im Prüffeld zur Güterprüfung und was auch immer. Sie sehen es hier von einfachen Geräten über Geräte mit externen Sensoren. Es gibt natürlich auch noch welche, die können viel höhere Kräfte. Aber das hier ist ja schon ein mächtiges Teil. Der schaltet sich übrigens auch das Display automatisch ein, sobald wieder eine Veränderung an der Kraft da ist. Oder hier so etwas, was man irgendwo montieren, festhängen kann. So hatte ich Ihnen da auch gar nicht gezeigt. Wenn ich das jetzt mal umdrehe, dann können Sie sehen, das dreht sogar das Display automatisch mit um. Also es gibt so viele Features und Möglichkeiten, die diese Geräte haben, die man gar nicht alle darstellen kann. Ich hoffe, Sie haben so in etwa mal einen kleinen Überblick gewonnen, was für Geräte, Gerätearten machbar sind und wissen jetzt, was Sie in Ihrem Unternehmen brauchen. Und Tschüss. Pläne Vielen Dank.